Ja, hallo! Ich möchte Uli recht herzlich begrüßen in der Fleischerei Gebeling-Viertelmarkt. Wir haben heute einen Schweinezähne gekurs für Anfänger. Es wird da ein Lehrfilm produziert, wo jeder Arbeitsschritt genauestens beschrieben wird. Und ich wünsche viel Vergnügen beim Zuschauen. Das erste ist, das halbe Schwein hängt da. Es wird der Bauch abgetrennt vom Schlögel, der was hier ist, die Schnitzel. Es wird da oben geschnitten. Man sieht hier das Filet mit dem Filetkopf, mit dem Schlussknochen, der da sichtbar ist. Man löst es dann hier raus. Es wird da zum ersten, zum Eckgelenk, wo das Karai aufhört und der Schwanzknochen anfängt. Da wird es dann durchtrennt, dass dann der Schlögel extra ist und der Antenne im Korpus extra bleibt. Also wie gesagt, man schneidet den oberen Teil vom Schweinsbauch herunter. Es wird da das Filet mehr oder weniger freigelegt. Also wie gesagt, hier ist das Filet. Hier geht der Filetkopf herauf, bis in die Höhe, wo man den Schlussknochen sieht. Man schneidet hier ein, löst das Filet raus und schneidet hier entlang des Schlußknochens herunter. Bis zum Eckknochen, das wird hier herausgelöst. Man hat da schön eine Naht. Wie gesagt, wo der Eckknochen ist, ist auch das Ende des Schlußknochens, wenn man da so durchschneidet. Mit einem grauen Schnitt wird das getrennt. Das ist das Ende des Schlußknochens. Das ist das Ende des Schlußknochens. Das ist das Ende des Schlußknochens. Ich habe die Schluß, die Grunz auf die Schlußkwerke und dieasaure SPEED sind. Wenn es der Kanal abonnt.